Dass er die eine oder andere Frage nicht versteht, das hängt natürlich von dem Geräuschpegel, was man hier auf der Städte hat. Das heißt, die Erkennungsrate von dem Sprachkenner, die hängt stark davon ab, wie ruhig die ganze Umgebung ist. Und ja, machen wir dann weiter. So, Petra hat gefragt, ob der Roboter Sie kennt. Der Roboter hat Petra noch nicht in seiner Datenbank, also in seinem Gedächtnis, als eine bekannte Person, deshalb hat er gesagt, nein, ich kenne ihn noch nicht.